Hallo liebe Kinder und liebe Bodenheimer Familien. Wir haben eine ganz besondere Überraschung für euch und zwar wird am 20.12., das ist der vierte Advent, im Dollespark ein riesen Schneemann auf euch warten. Er wird von 13 bis 20 Uhr da sein und denkt auf jeden Fall daran Kameras mitzubringen, weil er passt super auf schöne Weihnachtsfotos. Ich freue mich auf euch, wir sehen uns am vierten Advent im Dollespark beim riesen Schneemann. Wir sehen uns am nächsten Mal.